die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland verdient unter 20 Euro pro Stunde, meine Damen und Herren. Das sagt eine Mitteilung des Redaktionsnetzwerks Deutschland, das ich hier mal ganz kurz Ihnen zeigen möchte. Ja, also die Herrschaften haben hier mitgeteilt, dass mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland weniger als 20 Euro die Stunde verdienen. Laut linken Fraktionschef Bartsch ist das ein beschämend geringes Lohnniveau. Mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bekommen in Deutschland unter 20 Euro die Stunde. Mehr als jeder Dritte weniger als 16 Euro die Stunde. Und zwar hier noch die harten Zahlen. Demnach bekommen 21,445 Millionen von 39,779 Millionen Beschäftigten einen Stundenlohn von unter 20 Euro netto. Das sind sage und schreibe 53 Prozent der Vollzeitbeschäftigten Menschen in Deutschland. Meine Damen und Herren, ich habe mir jetzt mal die Zahlen zum Anlass genommen und habe einfach mal ganz grob vereinfacht gerechnet. Wie hoch ist denn eigentlich meine Rente, wenn ich 20 Euro die Stunde verdiene nach 45 Jahren Arbeit? Ich berechne es auch bei den 16 Stunden und auch bei den 13 Euro die Stunde, bei 16 Euro die Stunde und 13 Euro die Stunde, die ja auch erwähnt worden sind. Aber dazu mache ich dann noch besondere Videos. Also meine Damen und Herren, schauen wir uns das einfach mal an. Ja, ich habe da mal ganz vereinfacht gerechnet und zwar wirklich so ganz grob, Pi mal Daumen. Natürlich kann man das letzten Endes so nicht machen. Das ist eine letzten Endes wie eine Art Eckrentenberechnung. Ich habe schlicht und ergreifend gesagt, also wie eine Art Eckrentenberechnung. Die Eckrentenberechnung läuft ein bisschen anders, aber so ähnlich schematisch läuft das ab. Wir nehmen die 20 Euro Stunde mal 40 Stunden in der Woche. Ja, dann habe ich 800 Euro und das multipliziere ich mit 4,32. Das sind die sogenannten 4,32 Wochen pro Monat. Das heißt also, ich komme auf ein Brutto von 3.456 Euro im Monat. Das multipliziere ich mit 12. Dann komme ich auf ein Jahresbrutto von 41.472 Euro. Jetzt berechne ich daraus die Entgeltpunkte. Ich nehme dazu, das vorläufige Durchschnittsentgelt im SGB VI beträgt aktuell 2023 43.142 Euro. Ich dividiere die 41.442 Euro durch das vorläufige Durchschnittsentgelt 43.142 Euro und komme auf 0,9613 Entgeltpunkte. Das ist also der Entgeltpunktestand, den ich für ein Jahr Arbeit bei 41.442 Euro Jahresbrutto erhalte im Jahr 2023. Jetzt habe ich einfach diese Entgeltpunkte mal hochgerechnet. Oh, mir ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie sehen es, ich korrigiere das gleich mal. Das machen wir sozusagen ganz, ganz live. 45 Jahre mal 0,9613 Entgeltpunkte ergibt dann 43,2553 Entgeltpunkte. Und diese 43,2553 Entgeltpunkte multipliziere ich mit dem Rentenwert, der jetzt aktuell gilt, 37,60 Euro und komme dann auf eine monatliche Bruttorente von 1.626 Euro und 52 Cent. Meine Damen und Herren, von der Bruttorente muss ich natürlich noch Kranken- und Pflegebeiträge abziehen. Nehmen wir mal ganz entspannt 11,5 Prozent. Können Sie sich selber ausrechnen, was Sie dann für eine Nettorente haben. Bei knapp 20 Euro die Stunde, bei 45 Jahren Arbeit ist das ein beschämend geringer Rentenwert, den ich monatlich erhalte. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass das bei 16 Euro die Stunde oder bei 13 Euro die Stunde da nicht gerade besser aussieht. Deshalb kann ich nur eins sagen, bei 20 Euro Stundenlohn nach 45 Jahren Arbeit bekommen Sie nach aktueller Rechtslage grob gerechnet 1.626 Euro und 52 Cent Brutto Monatsrente, wenn Sie dann mit 67 oder abschlagsfrei mit 65 in die Rente gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.